Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge! Ungefähr ein paar Monate zu spät Mach ich jetzt Kaiser Mario weiter Oh Gott, ich musste da noch... Oh nein, ich muss doch voll den Scheiß hier machen Okay, wartet kurz, wie geht überhaupt die Steuerung nochmal? Wartet kurz Es ist doch das Level gespeichert, aber ich war bei dem Level am Schluss, wisst ihr noch, wie ich gelitten hab? Und dann war ich am Schluss und dann... Präh! Das ist ziemlich einfach, nicht wahr? Gut, gehen wir mal ran an den Speck Okay Yoshi! Ah, auf X nimmt man, auf X! Alles klar, meine Herren! Ich hab schon wieder gespeichert, weil ich den Fick habe Gut, könnte gut, könnte gut laufen Gleich läuft's gut Jetzt! Also Ich dachte schon, ich verkackte Platzverwetter Also Ja Gott, bin ich gut, das Spiel war ultra einfach Wenn ich mich recht erinnere, wenn ich mich jetzt doch, äh Ich meine mich vage erinnern zu können, dass das doch ziemlich einfach war Oh, guck mal, und ich war am Ende dieses Levels Am Ende! Verkacktes Mario, Mann Also, geil so Mario, nicht wahr? Früher war es ja Bobbenspiel, Bobbenspiel, ich sage ja, ja Aber jetzt, so, mit dem Jump bist du Oh fuck, so blöder Speicherpunkt Oh nein, ich bin ein Affenkind Doch, ich bin kein Affenkind Oder vielleicht doch? It's just an ape child Das schaffe ich jetzt locker noch Locker mach ich das Guck mal Lock So, spei- Nein, da lädt man ja! Oh Gott, das ist so blöd Mit dem Jumbledore Zack, Yoshi genommen Okay, kein Problem für den Udo Oh fuck Slot 1 speichern Slot 2 speichern Das ist schon ein bisschen kompliziert, nicht wahr? Und los geht's Und speichern Aber das ist ein guter Oh, ein guter Speicherpunkt Also fast Ich hab's gleich Ah, ich weiß was Ich war- Ah fuck, der mit jetzt auch ne verfickte Blume Was? Go ein guter Das ist schon ein bisschen unfair, nicht wahr? Also schnell wieder auf Schlot 1 Schlot 1 wechseln Oh shit, nein! Was? Da erscheint einfach ein verkackter Notenblock über mir Ich raste I'm just resting around in my house Everybody Sieht so lustig aus So Jetzt wird das mal ganz locker gemacht hier Gleich Oh fast Oh fast Wieso, wie cool ich letztes Mal war? Ich glaub, der geht ja noch Echo, ich glaub die Russen kommen Also jetzt Jetzt Mario 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 Ich weiß was Dieser Stein hat mich auf eine Idee gebracht Ich muss Das dumme ist, ich muss die Rennentaste gedrückt halten Um Yoshi zu halten Und dann macht man direkt diesen Assisprung immer Oh mein Ja, willkommen im Assisprungland Wo man einen Assisprung gemacht Durchgehen Mario Marianne Oh fuck Fuck So Wollt ihr mich verfickt nochmal verarschen? Are you wanting to roll me? Wollt ihr mich durch das Land rollen? Klar, wie er dann auf einmal so ganz leicht springt Und das Gesicht immer, wenn er stirbt Das ist so schäbisch Bitte Mario Wissen Sie doch wie cool ich letztes Mal war? Letztes Mal bin ich ein paar Mal vorne verkackt Ganz am Ende vom Level Und hab dann gesagt Ah, ich muss das nochmal schnell machen Und bin da durchgerannt Wie ein Schnitzel Guckt euch mal die alten Folgen an Und jetzt piss ich mich hier ein Ah, was? Okay Bis jetzt Yoshi, bleib doch wohl da, Mensch Kurz gucken Okay, ich hab richtig gespeichert Alles klärchen Alter, er kommt einfach direkt runter Alter, wie cool ich auf einmal bin Das Spiel ist so einfach Direkt auf beiden Slots gespeichert Weil ich echt ein verschissenes Tier hab Nein Dass da was von oben runter kommt Und dieses Feuerding Daran kann ich mich noch vage erinnern Halt, stopp, hier muss ich doch eigentlich irgendwas machen Yoshi, ich muss irgendwelche Sachen essen Wie eier verschießende Flamme durch Oh nein Das war richtig hurensöhnig Aber auch gar nicht so schlimm Also ich muss gleich warten, bis es wirklich bis zum allerletzten Ding weitergelaufen ist Dann schli ich mich durch Und dann durch Und dann bim Ultra einfach Habt ihr das gesehen? Aber Yoshi muss die verkackte Kacknase da essen Damit er groß genug ist Das weiß ich nämlich noch Letztes Mal bin ich mit Yoshi durchgerannt Und dann war doch nix Yoshi Oder? Muss ich denn essen? Ja, nee Nachher stehe ich dann nämlich wieder da wie ein Idiot Der meint auch gerade wieder idiotisch Ach genau Und dann zack, zack, zack darüber Oh Gott Diese Erinnerungen Diese schmerzhaften Erinnerungen Da spiele ich tausendmal lieber Horrorspiel und scheiß mir in die Hose Yoshi, ess doch mal dieses verkackte Stück Scheiße Wie es jetzt ist Und die Musik Die macht's nicht wirklich besser Yoshi, aber du hast doch grad gekissen Yoshi, fick dich Er bleibt einfach so auf der Lava sitzen Das ist richtig arg Ich hab Yoshi ausgesetzt Hu, viel zu früh It was two vous voi It was two free Es war viel zu frei Jetzt Ba ma 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 Oh Jetzt Nein nananana Nanana Ich muss direkt darüber springen Nananana Dada da 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 Wenn Yoshi sich Wenn gdzie tucken würde, wie Sohn kackhaufen because of Mario's Mario Nein nein nein! Das ist mal der allerliebst, wisch! Dukt sich wie, Bock! Ich bin so fucking amüsant! Mario, du stinkst! Nein, scheiße! Was? Weh, es gibt davon irgendwie... es gibt noch ein Level, dann raste ich aus. Das ist bestimmt das letzte Level und das hat bis jetzt erst einer geschaffen, der heißt... Ficker! Oder so maximal! Wenn's hochkommt. Mindestens wenn's hochkommt. Okay, komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon, Mario! Sollte man mich abonnieren? Sollte man mich favorisieren? Daumen hoch geben?